hallo und herzlich willkommen hier 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 in silberung weiter geht's mit pflanzen hier oben wollte ich mal aufhören und ich fahre mal runter und pflanze genau recht im haus bergauf oder bergab die normale plattmaschine auch gehen würde das wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen kommen wir nach stück hin weiter blämse ich mache immer baumhörsel fahren ob ich gerade schlug nicht aber es wird hier gehen nicht muss aber nicht gespannt werden, ob er hier fertig ist, ob er gewachsen ist ob ich hier umfällig kann, darf, werde ist die Achtelbahn vorher fertig oder Segelboot, wo ein bisschen dauert es auf jeden Fall noch ja, wünschen wir allen schönen Samstag, nicht? schön soweit wahnsinn das sind gewöhnliche dürfte Pflanzmethode mal vorwärts war ja morgen ist bei mir frei da und bei Urlauben lässt sich dem ändern gehen leider aber es ist halt so der sechste war nochmal ein Feiertag und dann geht das voll weiter bis April, Ostern Wahnsinn, die also ich wollte die Heizkosten nächstiger sagen auf jeden Fall zu teuer muss ich länger kurz mit einfahren lassen ich habe ja hier in der Mietwohnung nicht keine Möglichkeit das aufzuweichen aber wenn ich das hätte würde ich eher so ein längerer Sicht würde ich eher auf Kachel oben gehen und der dem ja gut speichern kann was so eine Flussbrotheizung gar nicht kann obwohl es speichert auch ein Fässer muss man halt nur stundenweise heizen und der klaren Vorteil wenn draußen keine Kälte ist wenn draußen so minus 10, 15 Grad sind dann wird es kalt auch noch eine gute dann wird es kalt dann wird es kalt auch noch eine gute Was für ein riesigen Bäume. Wir werden ja einige aufleben. Ja, Forstwirtschaft. Hier haben wir so X drücken und nicht S. Dann gehts auch. Wir müssen jetzt mal gucken. Ganz genau. Dort. Hochfahrer, wo jetzt ein bisschen gefräßt wurde. So. Mal gucken. Da steht ein Baum. Ja, wir müssen weiter rechts. Wir müssen nur eine Fahrspur nach rechts. Doppelplatz will ich auch nicht. So. Da ist der eine. Ah, das passt. Blüch Kog. Oh. Falskine Kog. Hahaha. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gerüchte gehört, dass Diablo 4 nächstes Jahr rauskommen soll. Naja, abwarten, ne? Interessant wie in der Story. Weil ich ja 1, 2, 3 gespült habe. Wäre erstmal ganz interessant. Wo das Engel und Co weitergeht. In den alten Kalk da noch einige leben? Eher nicht, ne? Die Engel vielleicht ja, teilweise. Und da wird es. Und da wird es. Und da wird es. Und da wird es. Fünfte, Denkrad. Wenn man kriegst du über den Denkrad. Und da wird es. Und da wird es. Und da wird es. Ich probiere was anderes aus. Das nicht. Die Pflanzmaschine ist aber eh da. Sehe ich gerade so. Ich versuche mal die anderen Dinger da rein zu pflanzen. Die Gelbkiefer oder die Küstenkiefer. Die Pflanzen ist ja auch mühsam, ne? Ob es geht, weiß ich nicht. Ich habe es nur heute gesehen. Wenn es dann. Was so gibt. Weil ich es auch raus finde. Ja. So sehen wir nichts. Ups. Wir haben schon einige Bote. gepflanzt, Mammutkäfer, Mammutbäume, bestimmt 100 Stück, muss ich bestimmt noch garantiert in großen, die großen, ja, so Bäumefällen, aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, ist das, mal gucken, ob wir aufgenommen kriegen, weil ich es egal, was immer zuerst da ist, oh, das geht, das gewusst hätte, hätten wir damit Bäume gepflanzt oder Mammutbäume, Wahnsinn, da dürfte sie wahrscheinlich kustiefer sein, wir einfach hier rechts weitermachen und da hinten, Mammutbäume, hier mal ein paar rein hochfahren, den einfach mal die Spur vorarbeiten, aber gleich nebenbei, falls da noch ein Baumkump ist, den dann fähren, den Baum dürfen wir ja nicht, das ist ja nicht meine, hier haben wir ein Grundstück, so, hinten, wow, und vorne, hat schon mal einen gepflanzt Riesenteil 2 Ob den lasse ich mich begeistern An sich deckt aus, da haben wir einen anderen Traktor haben, der mehr Power hat Hier vorne Ja genau Hat sieht ja gut aus Da haben wir hier gepflanzt 6 Stück Na, eine Reihe Das ist schon nahezu Naja, perfekt nicht, aber Na, so schön Gut, alles allnächst Wir haben noch ein paar zu pflanzen Armutbäume Damit wir die Ecke hier auch so gepflanzt bekommen So, ich hoffe, alles sollte schon vor heute gewesen sein Ich sage mal schönen Dank für das Schleißig rein schauen Tschüss, tschüss, tschau Morgen geht es hier weiter Hier In Silberum Armutbäume pflanzen Tschüss Musik Musik Musik